Krebs. Wenn du diese Symptome hast, solltest du zum Arzt gehen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Die Inzidenz von Krebs nimmt zu und zwar dramatisch in den letzten Jahren. Ich habe hier auch schon einige Videos auf unserem Kanal gebracht, die kannst du dir gerne anschauen. Und ich zeige dir heute mal diese Symptome, auf die du achten solltest. Mein Name ist Karl Hartner. Ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit vielen Jahren. Und wir gehen hier gleich mal in Medias Res. Ich habe mir einige YouTube-Videos angeschaut über Krebs, Früherkennung. Ja, ich war jetzt nicht ganz so zufrieden und deswegen dachte ich, ich mache es auch nochmal eines hierzu. Und ich übernehme natürlich keine Haftung, keine Verantwortung und es sollte immer ein Arzt oder Heilpraktiker bei eben diesen Symptomen aufgesucht werden. Die Quelle habe ich hier auch hingeschrieben, wo ich es unter anderem auch nochmal rausgefiltert habe. Und es gibt unspezifische Symptome. Man sagt in der Medizin auch die B-Symptomatik. Und das wäre dann, wenn das plötzlich auftritt. So Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Leistungsabfall. Man fühlt sich nicht mehr wohl. Auch ganz wichtig sind Schweißausbrüche und starker Nachtschweiß. Das sieht man häufig bei Krebspatienten. Subfabrile Temperaturen, man sagt auch Fieber dazu, leichtes Fieber. Schmerzen in Gegenden im Körper ohne erkennbare Ursache, die auch plötzlich auftreten. Und auch ein Gewichtsverlust ohne erkennbare Ursache, die Leute, die nehmen dann auch häufig ab. Das nennt man B-Symptomatik. Also Abgeschlagenheit, Nachtschweiß, Fieber, Schmerzen und Gewichtsverlust. Und wenn sowas auftritt, dann sollte schon mal zum Arzt gegangen werden. Es gibt unspezifische Symptome und es gibt natürlich spezifische Symptome für bestimmte Krebsarten. Zum Beispiel Hautkrebs, Krebs im Verdauungssystem, Krebs im Lymphsystem natürlich, im Nervensystem. Luftwege, Speisehörer, Prostatahoten bei den Männern, Brust, Gebärmutter, Eierstöcke bei den Frauen. Und ich gehe jetzt nochmals auf die einzelnen Symptome, auf die spezifischen Symptome von diesen einzelnen Krebsarten ein, die es dann doch häufiger gibt. Es gibt natürlich auch einen metastasierten Krebs, der Knochenkrebs oder Leber, Lunge. Das sind dann meistens Metastasen, aber der Krebs, der tritt ja an einer Stelle im Körper meistens dann zuerst auf. Und das kann zum Beispiel die Haut sein, ein Melanom, das ist ganz wichtig, das kann man doch selber gut erkennen. Das werden dann dunkle Flecken, asymmetrisch geformt, auch Leberflecken, die dann asymmetrisch sind, also nicht symmetrisch rund, sondern die haben so Ausläufer, da kann man auch mit der Lupe schauen. Also keine klare Umrandung und auch verschiedene Farbtöne, wenn die verschiedenfarbig sind, schwarz und braun, weiß Gott, und oft auch eine starke Erhebung da ist, muss aber nicht sein. Da sollte man doch mal zum Hautarzt gehen, das ist wichtig. Und den kann man einfach auch rausschneiden. Das hat damals in Dermatologie, im Medizinstudium, der ein Dozent gesagt, in der Uniklinik in Tübingen, ein Melanom, wenn man das rausschneidet rechtzeitig, dann ist es doch gar kein Problem, dann hat man Leben gerettet. Dann Lymphsystem natürlich, ein bisschen schwieriger. Klar, natürlich sichtbare oder tastbare Schwellungen, Verhärtungen oder Knoten. Das sind dann Lymphknoten, die dann vergrößert sind, auch vergrößerte Lymphknoten natürlich in den Achselhöhlen, in den Leisten oder am Hals, wenn die länger anhalten und auch einfach mal so kommen, dann sollte man auch mal zum Arzt gehen. Meistens ist das, darf ich gleich sagen, kein Krebs. Das habe ich ja ganz oft in meiner ärztlichen Praxis gesehen, nur in den allerseltensten Fällen. Aber trotzdem, man sollte doch ein Augenmerk drauf legen. Dann offene und nicht heilende Wunden, das kann auch was mit einem Lymphkrebs zu tun haben. Veränderung der Hautfarbe, Blässe, das kann eine Anämie dann darstellen und das kann man auch beim Arzt dann abklären lassen. Dann Magen- und Darmkrebsarten. Ganz wichtig, Blut im Stuhl oder schwarz gefärbter Stuhl, sagt man da auch, Teerstuhl. Das ist ein bisschen schwierig für die Menschen, die jetzt sich da nicht auskennen, weil der schwarz gefärbte Stuhl, das ist ein geronnenes Blut. Wenn der Krebs also im Darm irgendwo sitzt oder auch im Magen und blutet, dann gerinnt das Blut. Und das sieht man dann mit einem sogenannten Teerstuhl, schwarz gefärbter Stuhl. Wenn helles Blut drin ist im Stuhl, das sind meistens Hämorrhoiden. Das gerinnt nicht. Helles Blut ist meistens überhaupt nicht schlimm. Das sind einfach nur Hämorrhoiden. Da würde ich aber natürlich auch immer zum Arzt gehen, bitte. Dann ständiges Druck- und Völlegefühl und Aufstoßen. Wenn das dann mal kommt, dann kann das auch so eine Geschichte sein. Übelkeit erbrechen, natürlich Blut im Erbrochenen. Klar, Kaffeesatz erbrechen, sagt man da dazu. Wenn das der Fall wäre, bitte immer sofort zum Arzt gehen. Und natürlich auch Schmerzen und Krämpfe im Magen-Darm-Bereich. Da sollte auch darauf geachtet werden. Häufig sind es einfach nur Magenschleimhautentzündungen oder einfach starke, schwere Verdauungsprobleme oder Entzündungen im Darm. Wie gesagt, es muss nicht immer Krebs sein, aber man sollte doch bitte immer zum Arzt gehen bei solchen Symptomen. Lunge, Speiseröhre und auch Mundraum. Ganz wichtig. Wenn jemand plötzlich Husten bekommt, der nicht mehr aufhört und dann auch noch so einen Auswurf hat. Also blutiger Auswurf zum Beispiel. Aber auch beim Schnupfen, wenn irgendwo Blut rauskommt, muss man immer zum Arzt gehen. Also, ja, oder auch stark grünliches oder gelbliches Lungensekret, das sollte auch mal danach geschaut werden. Also Pontialsekret, das dann rauskommt. Bitte immer bei solchen Geschichten, die länger anhaltend zum Arzt gehen. Anhaltender Husten oder Veränderung eines lange bestehenden Hustens. Das ist auch wichtig. Auch bei Atemnot kann die Lunge betroffen sein. Und da sollte immer ein Arzt aufgesucht werden. Chronische Heiserkeit, anhaltende Stuckbeschwerden natürlich. Das kann natürlich auch was mit der Speiseröhre zu tun haben. Oder eben irgendwo im Mundtraum kann ja auch Krebs entstehen. Das sehen wir leider auch häufig. Also bitte hier immer zum Arzt gehen. Dann für die Frauen ganz wichtig. Brustkrebs. Gebärmutterkrebs, Eierstockkrebs. Also mit Brustkrebs natürlich Knoten oder Verhärtungen in der Brust. Da kann die Frau sich, wenn du eine Frau bist, kannst du dich selbst abtasten. Das würde ich auch empfehlen. Immer mal wieder. Keine Angst. Und wenn da eine Verhärtung ist, dann bitte zum Arzt gehen. Auch das Verziehen oder Einziehen der Brustwarzen oder der Brustwarze. Das ist ja meistens nur auf einer Seite. Da würde ich dann auch mal nachgucken lassen. Wie gesagt, ich darf immer wieder sagen, es gibt auch viele Differenzialdiagnosen. Es können auch Verhärtungen in der Brust sein, die nichts mit Krebs zu tun haben. Und das sehen wir auch häufig. Dann Blutungen außerhalb der normalen Regelblutung. Klar, Schmierblutungen haben viele Frauen. Trotzdem hier auch immer zum Frauenarzt gehen. Aber natürlich auch, wenn Blutungen auftreten nach den Wechseljahren oder nach dem Geschlechtsverkehr. Dann bitte Arzt aufsuchen und nachschauen lassen. Auch bei den Frauen ungewöhnlicher Ausfluss. Bräunlich, Eiter, Schleim oder auch mit Blut hier immer nachsehen lassen. Und natürlich wieder der Gewichtsverlust. Bei Eiderstockkrebs wird das Gewicht zum Beispiel weniger. Aber die Größe der Hosen und Röcke nimmt zu. Ist auch wichtig, dass wir hier mal darauf achten, wenn sich hier etwas verändert. Oder Mann ist gut, die Frau sollte hier drauf achten. Dann Prostata-Hodenkrebs bei den Männern. Klar, Schmerzen und Schwierigkeiten beim Wasserlassen, die dann zunehmen. Oder auch vermehrter Hörndrang, schwacher unterbrochener Hörnfluss. Wenn da was nicht funktioniert, das sind meistens Prostata-Vergrößerungen. Eine Prostata-Hyperplasie. Aber es kann auch auf Krebs hindeuten. Das kann man ja auch wunderbar beim Urologen dann testen lassen. Oder beim Internisten oder auch beim Hausarzt. Natürlich Verhärtung und Vergrößerung eines Hodens. Das können auf Hodenkrebs hinweisen. Und Blut in der Samenflüssigkeit. Oder auch beim Urinieren. Genau. Blasenkrebs könnte man hier auch noch dazuschreiben. Deswegen, das sehen wir leider auch häufig, finde ich persönlich, wenn man es rechtzeitig erkennt, alles sehr relativ einfach zu behandeln. Also je früher man Krebs erkennt, desto besser ist er natürlich behandelbar. Das ist auch ganz wichtig. Deswegen mache ich auch das Video hier. Und wenn du jetzt solche Symptome bei dir siehst, dann suche bitte einen Arzt auf. Wirklich in seltenen Fällen ist es dann tatsächlich Krebs. Also muss jemand überhaupt keine Angst erst mal haben, einfach mal zum Arzt gehen. Aber eine Früherkennung ist, wie ich gerade sagte, sehr wichtig und kann Leben retten. Also das ist natürlich elementar, dass du wirklich zum Arzt gehst, wenn du so Symptome hast, keine Angst hast. Meistens ist es völlig harmlos. Und wenn es dann doch Krebs wäre, dann kann relativ schnell was getan werden. Und eben in die richtige Richtung gegangen werden. Und ich habe hier auf unserem Kanal Videos gebracht über die adjuvante Krebstherapie. Wie entsteht Krebs, was kann getan werden? Ich habe hier ganze Fachvorträge eingesprochen, schon auf unserem YouTube-Kanal. Gib doch bitte mal oben in die Suchfunktion bei YouTube ein. Einfach Karma Nanda für diesen Kanal und dann Krebs. Und dann drück auf Suchen und dann kommst du auf diese Vorträge oder auch gerne in die Playliste gehen. Die Playlisten von unserem Kanal hier. Dann noch was. Wir haben ja auch eine Online-Kursseite und wir haben eine Akademie, wo wir sehr intensiv in der Akademie mit unseren Mitgliedern arbeiten. Da kannst du auch mal reinschauen, wenn es dich interessiert. Und auch auf unserer Kursseite, da kommen immer mehrere weitere Kurse dazu. Zum Beispiel jetzt spreche ich gerade einen ganz ausführlichen Fachvortrag, einen zertifizierten Fachvortrag für Heilpraktiker und Ärzte noch zusätzlich ein, den ich halte vor Fachpublikum für unsere Kursseite. Der wird hier auch bald erscheinen über Vitamin D, was ja auch sehr wichtig ist, in Bezug zum Krebs. Ganz klar. So. Dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Abonniere gerne unseren Kanal oder empfehle ihn weiter. Würde mich natürlich sehr freuen. Das ist ein Herzensprojekt von mir und ich wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit. Ganz viele hohe Schwingungen. Das ist nämlich auch wichtig. Ängste machen krank. Eine hohe Schwingung, eine positive Lebenseinstellung ist sehr gut für unsere Gesundheit. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal und vielen Dank.